So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu State of Decay. Achtung, alle Zivilisten sind gerade in diesem gefehlenden Valle. Dies ist die Armee. Und seitdem du es wahrscheinlich nicht für dich selbst herausfinden kannst, sind wir besser armiert, armiert und equiptiert, als... Don't forget, du musst trotzdem gehen, Dots von dem Barrett. Wir müssen noch den Dock abholen. Aber ich wollte erst meinen Nachbarn hier irgendwie helfen. Auf der Versorgungstour, da waren wir glaube ich das letzte Mal stehen geblieben. So, kommt doch her, ihr blöden Zombies. Oh oh. Da, denen helfen wir doch gleich mal hier unseren Kumpels. Hey, ich kann dir gleich Schutz geben. Ähm, wie war das? Ich musste jetzt hier irgendwo... Gab es hier Sachen, die ich anstecken konnte oder nicht? Nicht alleine. Nichts mehr da. Ähm... Wo müsst ihr hin? Hier hinten. Wer kommt ihr denn mit? So, hier komme ich ja gar nicht raus. Ups. Hier ist die Tür. Schlag ein. Dann fahr ich dich heim. Dann fahr ich dich heim. Ja, kein Problem. Helfen doch gern. So, hier hinten ist auch so ein Greischer. Hier war das Polizeiauto. Sie müssen irgendwo hier links in die Berge. So, danke. Ähm... ... Wann wieder durch mit dem Karen? Hier sind wir. Danke, wir haben wir ihn. Ressourcenfortschritt sammeln Ja da kann ich gerade irgendwie so gar nichts machen sorry Wollen wir mal hier ein bisschen mit Summon helfen So Ressourcenfortschritt 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 Wir warten Ressourcenfortschritt Ressourcenfortschritt Erg The damage Oh Oh Yo Nice Ja, hehehe. Ja, hehehe. You got that one! You ready to go? Almost. Just a second. Huh, damn! Woh! How many are there? Woh! How many are there? So. How are we now? A step further blocked. The kick is nothing more there. Come on. We got zombies coming in. Okay. I think I'm ready to go home now. Ready to move. Let's roll. Go. Go. Okay. 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 People used to hide when they saw me coming. You believe that? They're grown as men and women hiding from Santa Claus. Okay. 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 Let's go. 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 I know. I know. Zombies coming up behind us. Hm, heute treffe ich ja wieder super. So, jetzt wollen wir mal hier den Truck bisschen beladen, mit dem Zeug, das wir da drinnen das aufsammeln können, das ist ja für uns, genau, so, hey, das hätten wir, dann, auf nach Hause, oh, der steuert sich mal gut, äh, wie bin ich heimgefahren, geradeaus, hier war der umfahren, und dann da oben war unser Haus, genau, rechts, ich merke schon, Auto fahren kann nicht in jedem Spiel, super, das ist wie im echten Leben ungefähr, fast, 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 fast genauso gut bin ich da. So, was haben wir jetzt wieder? Und den da, kann man natürlich auch noch abgeben, Moral ist hoch, schaut ganz gut aus. Ach, hab dich nicht so, ähm, Signal untersuchen, Doc abholen. Zornbejagd hier unten, machen wir das mal, bei der Armee. So, wenn man das schon wieder zu bedeuten hat, dass man denen helfen muss. Ich dachte, ich wäre da unerwünscht. Wie ist es doch? Hm. Wir werden es sehen, würde ich behaupten. Wir werden nochmal nachgucken. Hey du. Ich gehe raus. Was hat das hier eigentlich zu bedeuten? Wir wohnen Fremde. Okay. Wieder neue Nachbarn. Ihhh. Hehehehe. Was gibt's hier? Im alten Holzhaus. Das ist schonmal gut, wenn hier nichts ist. Und Zed. Wir haben noch eine Tonne. Nichts gefunden. Nichts mehr da. Okay. Trifft sich ganz gut. So einen Rucksack wollte ich jetzt eh nicht dabei haben. Falsch gehandhabte Waffe. Sie ist einfach losgegangen. Minus 5. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Come it's guard. Ihr seht es nicht, weil es hinter mir kam. Wir können deine Hilfe in diesem Bereich nutzen. Also was sagst du? Ich glaube ich werde dir folgen. Los geht's. Los geht's. Ja. Wo müssen wir hin? Hier hinten wo auch das Funksignal ist. Okay. Hier waren auch irgendwelche Nachbarn. Ach da waren die den wir gerade hier. Fremde Nachbarn. Ich kapiere so viel noch nicht in dem Spiel. Okay. So. Wir steigen auf jeden Fall ins Auto. Meint ihr wir können hier querfeldein fahren? Oder ist das blöd? Was? Ja. Eigentlich wird es gar nicht so doof ausschauen. Fällt nichts mehr da. Okay. Hier ist aber schon noch was da. Zwiebeln vorne. Geh durch oder raus. 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 Geh durch. Oh nein. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Schau. Das ist das. Wir werden warten. Vergessen. Ja, ganz schön. Wenn wir es mitbringen würden. Ja, hallochen. Wenn es hier wohl irgendwo Sachen gibt. Kommst du da drüber? Ja, klar kommst du. Ach. Die Animationen sind schon immer krass. Ja, du fetter. Ich bin fast ein bisschen zu Gas. Klingt so, als ob er da wäre. Au. Das wollte ich nicht. Ich bin fast ein bisschen mehr mitgenommen, als ich wollte. Erfordert sich acht Personen. Potenzielle Bahn. Hoffentlich war das nicht laut. Potenzielle Heimatbasis. Und hier ist das Signal gleich, wenn wir eh schon da sind. Können wir auch in unser Auto steigen und da gleich ein bisschen schauen. Oh. Okay, duiniest und da ein bisschen mehr Platz vor половin. D Such auch in unsere Hand. Was? Der. Woher. Not Mist. Eh. wenn viele wie viele zombie horden denn noch hinten kommt die nächste rolle ja 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 Oh, shit. So, jetzt hoffe ich, dass wir das alles schön in unser Auto. So, laden können. So. So. So, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Ich habe nicht genug Platz für das. Ne, den will ich, kann ich den kaputt machen, zerstören, so. Jetzt kann ich hier nämlich das nächste reintun, die ist auch nicht so toll. So. Und noch den letzten. Den können wir tragen. Auf geht's. Oh, haha, entschuldigt, ich bin heute etwas verschnupft. Ach, ja, ganz schlimm. Entschuldigt, bitte. Da war man nämlich heim, bevor das Auto irgendwie kaputt geht oder sowas. Uh. Upsi. Habt gelacht, wenn wir da nicht hochfahren könnten, oder? Okay, und heim da. Ja, wir können Scheinwerfer anmachen. Aber wie gesagt, ich habe weiterhin noch nicht verstanden, wofür wir Licht bräuchten. He. Wie geht's? Ich bin fast zu Hause. Ich hoffe, du hast mir etwas schönes gebracht. Ich zeige dir, wenn ich da komme. So, das kann sein, dass ich das Auto immer wegfahren muss, oder? Und da das parken muss, das ich ausladen will. Kann das sein? Ah ja, genau. Was hast du? Oh, du weißt. Sehr cool. Ähm. Was hast du? Kaliber 40. Also kann ich die hier bunkern. Kaliber 40 mitnehmen. Protein brauche ich nicht. Und Essen brauche ich nicht. So viel. Genau. Wunderbar. Aber, wie es weitergeht. Bum bum. Würde ich sagen. Sehen wir im nächsten Part von Let's Go State of Decay. Vielen Dank fürs zu sehen. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.